Shirts und Hoodies aus mehr als 10 Jahren Sauerkrautsgeschichte. Finde jetzt dein Lieblingsdesign auf www.sauerkrauts-classics.de Tuning ist Familie. Also wirklich, meine Schwester, ihre Freunde waren damals 90er Jahre alle autoverrückt. Und ab da war für mich klar, mein erstes Auto wird ein Zweier Golf und somit ging es los. Mit 17,5 die ersten Teile gehabt, Ramon-Fellen gekauft, aus Zeiten, sag mal, Geld verdient. Fahrwerk war dann auch schon da, Konig Gelb mit Yamex, 80er Federn, dann kam der 2er Golf, wurde sofort eingebaut. Und dann war mit 18, stand da so ein halb aufgebaut, gebaut das Auto schon und wurde gefahren. Also so hat Tuning angefangen. Also wer mich kennt, versteht die Welt nicht, weil ich bin eigentlich gar kein Ost-Fan und erst recht nicht, also original überhaupt nicht, aber so an sich. Habe ich als People gehabt, Wuppets, warum soll ich jetzt so was? Aber mein Kollege, mit dem hatte ich eine doofe Abmachung und durch eine doofe Abmachung entsteht so ein Quatsch. Und dadurch ist dann eine Teile entstanden, ja. Nach der Abmachung, die wir getroffen haben, habe ich zwei Wochen später eine Schweibe gekauft. Die lag da unter einem Baum bei Ihnen, der die Dinger verkauft hat. Ohne Vorderrad, ohne vordere Schwingel. Totaler Schrotthaufen. Dann habe ich eine Schweibe gekauft und habe mich auf dem Nachhauseweg gefragt, was hast du da jetzt eigentlich gemacht? Komplett gar kein Konzept. Eigentlich Schweibe, tief soll sie sein, schicke Farbe, fertig. Überhaupt gar kein Konzept, so hatte kein Vorderrad, also Räder, okay. Heike rumgefragt, so bei Motorrad-Werkstätten, habt ihr irgendein Rad zu liegen? Und beim guten Bekannten, bei seiner Werkstatt, der hat ja von verschiedenen Rennmotorrädern neue Räder da gehabt. Und dann stand da so ein Harley-Vorderrad mit Bremsschelmen und Bremszetteln. Heike so gesagt, Mensch, ich glaube, ich glaube, das wird ein Harley-Rad. Na, und so hat es dann angefangen. Dann habe ich das Vorderrad eben abgeluchst und dann ging es los mit Bauen. Es passt einfach ja nicht. War eine ganz doofe Idee, aber nach viel Arbeit war das Vorderrad drin. Da sind so viele Probleme entstanden, die kann man ja nicht aufzählen, will man ja nicht aufzählen. Ich will sie vergessen. Ja, und wo vorne ein Harley-Rad, das muss hinten ein Harley-Rad drin. Also die Suche weiter mit einem hinteren Rad, da wollte ich unbedingt ein Scheibenrad, also ein geschlossener Rad. Und dann war das ganze Theater hinten nochmal und so entstand es eigentlich Stück für Stück. Die Blecharbeit entstand auch. Ich habe eigentlich vorne einfach angefangen und drauf hingebaut. Einfach gebaut, gebaut, einfach nur den Kopf immer freien Lauf gelassen. Jeden Abend für zwei Stunden abends, anstatt am Fernseher zu sitzen, wirklich ab in der Werkstatt. Und dann geht los. Tuning ist ein furchtbarer Name. Egal. Aber ich nenne es mal Umbau an Fahrzeugen ist schon wie abschalten. Also das ist schon so, egal wie die Tage sind oder egal wie das man Höhen und Tiefen gibt im Leben. Aber das ist schon so was, wo ich einfach abschalten kann, wo ich mal sagen kann, da bin ich für mich, mach mein Ding. Man macht den ganzen Tag schöne Sachen für andere Leute und da macht man was für sich. Man fordert sich auch da ein Gewissen, je nachdem wie jeder kann. Und das finde ich eigentlich, das Thema Tuning, also klar, ist eigentlich ein einsames Hobby prinzipiell, wenn man es richtig betreibt. Weil man sitzt halt viel in der Garage und wenn man dabei nur ein Bierchen trinkt und blöde Quatsch, passiert ja nichts. Man muss schon was machen dabei. Aber an sich ist das erstmal grundsätzlich ein Runterkommen, was man einfach so innerlich ein bisschen seinen Mittelpunkt findet. Das ist eigentlich ein Thema Tuning. Schwierigkeiten eigentlich, also in dem Sinne Schwierigkeiten nicht. Weil eigentlich immer überall eine Herausforderung ist. Also ich hab wirklich alles selbst gemacht, das ist wirklich 100% mein Ding. Von wirklich allem bis zum Ende. Man muss sich halt extrem anstrengen. Man hat überall Knopfhoff, man muss wirklich, jetzt steht da so ein fertiges Ding, das sieht schick aus, alles gut. Aber was da drunter ist, dass das alles funktioniert, da ist schon eine Menge Knopfhoff. Und da muss man sich schon fordern und das finde ich, das ist eigentlich schön. Wo ich mal so einen Punkt hatte, war nach, ich hatte ungefähr so zwei Monate lang halt nur geschweißt, getrennt, geschweißt, getrennt. Und das war so ein Punkt, da war mal so eine Durststrecke, wo ich gesagt habe, ich kriege ja gar keine Lust mehr. Das war zu viel schon. Also wenn man nur am Schweißen ist, auseinanderschneiden, die war im Zustand ja an sich schon ein schlechter Zustand. Also wirklich, war echt ein Müllhaufen und da drauf hin, immer drauf aufbauen und zu nutzen noch. Da war mal kurz so ein Punkt, keine Lust mehr. Das ist zum Beispiel so eine Sache, also sie war so grob erstmal fertig, geschweißt, sah super clean aus. Eigentlich gesagt, ja typisch, würde jeder wahrscheinlich so machen, so super clean. Also jetzt machst du aber mal irgendwas wieder, wo jeder zweite vielleicht da steht und sagt, ne. Und genau, das ist ja eigentlich das Schöne, dass du Leute anregst zum Nachdenken, ob das schick ist oder nicht. Und dann habe ich so geguckt, was macht man, Öffnung, Auspuffblenden, olle alte, schön diese ovalen aus dem 19er, dann habe ich noch zwei Auspuffentscheidlämpfer daher gehabt, also mir geht los. Dann habe ich die da so rangehalten, ja, das wird was. Und so ist das entstanden und dann hat das halt nur noch einen technischen Hintergrund, weil man kann dadurch den Benzin anöffnen und den Schock betätigen und dann dachte ich mir so, bei der E-Öffnung kommt genau das Typenschild, sollte das einzigste Teil sein, was ich nicht neu machen. Also, das sollte so alt sein, wie das, und dass man da drauf guckt, dass man sieht, Schwalbe 74 heißt Baujahr 74. Der Anreißhebel und der Schalthebel, ähm, ja, war pauschal erstmal, klar, durch die langen Bretter ist mit Ankicken nicht mehr möglich, also Anreißhebel, gut. Und dann, ähm, Familienurlaub gehabt, abends da gesessen, angefangen zu zeichnen, zu zeichnen, zu zeichnen, zu zeichnen, alles aus der Küche benutzt, was ging, jeder Topf wurde genutzt, jede Rundung, um halt, äh, das alles so zu zeichnen und zu machen. Und daraus halt ne Datei gemacht, auf Arbeit, das per Wasserschneidgerät schneiden lassen und dann halt mit Abstandshalter gebaut, dass das halt so dreidimensional ist und so weiter. Und so entstand das eigentlich alles, das war so, so ein, so ein, so ein Flitz im Kopf. Und warum Kurven, wenn man es selber machen kann, ne? Also beim Lenker war halt, äh, naja, der Ursprung auch wieder ein Harley Lenker. Der ist natürlich ellenlang breit, also furchtbar, hätte nicht gepasst zum Moped. Klar, sieht das irgendwie cool aus, wenn der so breit ist, aber passt optisch, fand ich nicht. Also hab ich ihn natürlich gekürzt. Lenkerverkleidung, ursprünglich dachte ich, kannst du das Original nehmen, kannst du ein bisschen was verändern und dann, na, war dann doch nicht so. Also hab ich mich hingestellt, hab ein Stück Blech genommen, hab das angefangen zu dengeln, zu machen, zu schweißen, auszurichten. Dann fiel mir ein, ach ja, man müsste ja noch irgendwie Knöpfe haben zum Bedienen von der Elektrik. Kleine Rohre eingeschweißt, schräg abgeschnitten, etc., dass da Taster drin kommen. Und so entstand halt die Lenkerverkleidung, inklusive Lenker. Dann war halt wichtig, ich wollte unbedingt von außen die Griffe haben, was Oldschool ist. Bedeutet bei einer hydraulischen Bremse, ich fang mit dem Bautenzug an, muss aber mit hydraulisch enden. Also hab ich zwischendrin von der GSX-R, von der Suzuki, eine Hydraulikbremse verbaut. Die wird vom Bautenzug gezogen und geht dann weiter an den Bremssettel von der Harley. Ja, so entstand, also ist halt entstanden, ist halt von eins ins andere. Also schönste Erlebnis ist das erste Treffen gewesen. Muss man wirklich sagen, also unglaublich. Ich hab im Winter, wo ich noch mittendrin war bei diesem ganzen Projekt, hab ich ein Treffen entdeckt, wo ich mich erstmal rein recherchiert habe, was in der Szene so los ist, weil wie gesagt, bin da komplett neu. Und dann hab ich so ein Treffen entdeckt. Blow the DR, cool. Dann hab ich gekickt. Geil, bewirbst du dich mal? Hab hingeschrieben, wollten sie Bilder haben vom fertigen Projekt. Da ist schlecht, bin grad mittendrin. Gut, hab ich gesagt, aber ich schick euch mal ein paar vom Aufbau. Da kam halt bloß, okay, krasse Projekt. Wir machen eine Ausnahme bei dir, das Ding wollen wir unbedingt sehen. Das war auch ganz gut so, weil ich dachte bis dahin, ganz viel Zeit, das schaffst du dicke. Das ist aber dadurch, dass immer mehr Sachen im Kopf entstanden sind, die Zeit verrannt. Und ich hatte aber wenigstens ein Ziel. Ich wollte, wenn alles hinhaut, wollte ich das Ding da präsentieren. Und wirklich das allererste Mal irgendwelchen Leuten zählen. Und das hat geklappt und ich bin auf diesem Treffen gewesen. Und ich war eigentlich baff. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Diese Leute, diese Szene, mega. Ich bin ja total unbekannt da gewesen. Also klar, man kennt da ein paar Leute, aber das ist ja wie eine große Familie gewesen. Und das war eine Atmosphäre, die war unglaublich. Ja, die Jungs von Ostblock und VL, boah, Wahnsinn, unglaubliche Typen. Und die ganzen anderen Leute auch, wie viele da auch begeistert waren von den anderen Ausstellern. Ich fand's einfach nur sensationell. Und das war für mich, da war ich einfach nur baff, diese Atmosphäre mit erleben zu dürfen. Und das dann auch noch da zu zeigen. Und dann ist das natürlich auch so gut angekommen, weil ich nur nicht wusste. Ich war an dem Zeitpunkt, ich hab so wirklich Freitagabend halb elf fertig gehabt. Sonnabend früh eingepackt, da hingefahren. Und ich brauchte erstmal Abstand, weil ich konnte das Ding eigentlich gar nicht mehr sehen. Also, ich hab sie da auf so ein Podest gestellt, hab sie mir angeguckt. Ist sie jetzt schön oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin erstmal eine Runde gelangen. Aber anscheinend muss es schön gewesen sein, weil die Leute fanden es ganz gut. Ja, letztendlich standen wir dann beim Motorrad abends oder beim Moped damals abends. Und dann kamen die Jungs und haben mich aufgerufen. Ab nach vorne zur Bühne. Du bist beste Moped geworden. Ich sag, was war das los? Dann gab's natürlich einen megacoolen Pokal. Auch nochmal was ganz besonderes Einzelanfertigung fand ich megatoll. Und da hab ich auch schon gesagt, was ist das für eine Szene? Ist ja unglaublich, was hat die sich für eine Mühe gegeben? Also nicht nur so ein Blechpokal, wie man den überall gucken kann, sondern so. Dann ist natürlich ein kleines Missgeschick passiert. Also Missgeschick? Erstmal, ja. Wir waren alle feiern, also nach der Pokalverjabe weg von der Bühne. Das Ding wie auf dem Podest gestellt. Den Pokal natürlich da vorgestellt. Schön gefeiert. Vielleicht auch ein bisschen viel. Egal, auf jeden Fall wollten wir dann früh das Moped vom Podest holen, um den Bus wieder einzuladen. Und ja, irgendwas hat gefehlt. Der Pokal war weg. Hab ich das den Jungs auch gesagt da. Waren sie natürlich alle ein bisschen schockiert und baff. Vielleicht spinnen wir morgen früh wieder, aber war nicht so, war weg. War natürlich ein kleiner Beigeschmack, aber allein schon auf der Nachhausefahrt, war für mich eigentlich, ach ist eigentlich nicht egal. Das war so ein geiler Tag. Ach, dann ist der halt weg. Schade drum, weil er so speziell war, aber egal. Eigentlich ist es doch egal. Dann haben die Jungs sich aber gekümmert und haben auf Instagram da große Theater gemacht und tralala. Und unglaublich, selbst Ditte macht so eine Kertwendung, so eine tolle Kertwendung. Da kriegen die wirklich Post im Karton, der Pokal, mit einem Entschuldigungsschreiben, mit einem Zehner drinnen, damit das Ding wieder zu mir geschickt werden kann. Ich sage, ich sage, das ist schon wieder so genial, unglaublich. Also schön, dass das passiert ist. Und denen das passiert ist im Suff wahrscheinlich, die können sich gerne bei mir melden, die nehme ich Ihnen aus, weil ich fand das so super, weil die hätten das einfach wegschmeißen können. So, guck mal, Freunde, da ist es, da ist es. Es ist alles heile, alles schick. Und der, der das gebaut hat, ist gerade dort am Telefon. Sag mal lo, Christian. Hallo. So, dein Pokal ist wieder da. So, du musst das. So, jetzt werden wir den Gewinner jetzt zukommen lassen. Sehr schön. So, Freunde, wisst ihr Bescheid. Also, dumme Aktion gewesen, aber gutes Ende. Aber nee, die schicken das zurück, die haben die Eier und schicken das zurück. Und das fand ich echt schön. Selbst das hat zum Schluss wieder gezeigt, was das für eine tolle Szene ist. Ja, wir bedanken halt als Unterstützung in dem Sinne kann ich leider nicht. In Anführungsstrichen, weil es halt nur mal alles selbst gemacht. Ich kann jetzt keinen groß, der mir was geschweißt hat. Ich habe selber geschweißt, etc. Aber das ist nicht so schlimm. Familie ist halt, dass die das immer wieder hinnehmen. Die kennen mich zwar nicht anders. Also, mein Leben besteht daraus, in der Werkstatt zu sein, zu bauen, zu machen. Also, ich bin nur so glücklich. Relativ normal ist das also, was da passiert ist von der Zeit. Aber trotzdem muss man das natürlich erst mal tolerieren. Und das ist schon mal ein Dank an die Familie, dass man sagen kann, dass sie ihn lassen. Und ihr habt immer knatscht bei so Projekte, keine Frage. Weil man hat, man sitzt manchmal am Tisch und ist halt nur noch etackert. Etackert, etackert, etackert. Das ist nun mal so. Aber gut. Ansonsten, so bin ich nun mal und so war ich schon immer. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal von Sauerkraut. Liked das Video. Wenn ihr Fragen habt zum Moppet, schreibt Kommentare drin, wie ihr wollt. Ansonsten macht's gut. Vielleicht sieht man sich mal auf dem Treffen. Unten das Video. Jetzt wisst euch mal los. chroniclineanegeodachat. Und dort alte Videos werden zum Moppet, vermutet auf involvanziert.